neue steckdosen befruchte was gehen wir spielen wieder erst vor leech und ich hoffe ich habe keine großartigen lags weil sonst 30 fps 30 fps es ist halbwegs okay touch down yeah amazing nein ich bin kein os und das wisst ihr alle ich bin eigentlich kann aber ich habe mir gedacht hey heute machen wir ein voll krass aber ich habe nur 30 fps und das ist eigentlich voll schwul eigentlich richtig schwul immer weg hier junge immer weg hier wo also ich bin echt nicht so gut in os habe ich zwei mit runter genommen ich dachte mir so hey die brüche wird nicht zerstört vielleicht kommt es ganz geil aber dass ich da gleich zwei mit runter ziehe das war echt nicht schlecht wo was geht was geht was geht lol die 30 fps habe ich bei css heavy nicht machen lassen es ist eigentlich lange bei nuss zu gehen ich weiß nicht eigentlich nicht oder weil du hast ja viel mehr weil du musst ja den gegner dagegen stellen und da mit dem feiten oder so also ich finde jetzt nicht dass das jetzt irgendwie lame ist sondern eher schwerer als jetzt natürlich short ist auch nicht einfach weil man ja jumpen muss und alles aber ich finde long way schwieriger weil du wenn du da drei gegner alleine gegenüber stehst das ist nicht so witzig hat man ja auch gerade gesehen ich spammt anscheinend recht gern wundervoll was hat er da oben hey ohne scheiß ich bin echt schlecht lol ich bin grad echt schlecht aber mit 30 fp zu zocken ist auch voll schwul ich glaube ich muss nächstes mal einfach ein bisschen die einstellung wieder umstellen weil 30 fp ist echt schwul ohja give me the music in dein ass PS in dein ass schluck schluck gib mir die bühne gib mir die bühne gute musik gute musik immer aus dem Weg Junge Jönsgesicht massentötung das war ein bisschen der hat 10.2 bei Blattrein das ist nett aber ich finde es ist spaßig mal wieder US zu spielen nach so langer Zeit und da ich ja Alter was geht denn ich hab die ganze Zeit in die falsche Richtung naja für die Gegner kann ich nichts da die alle Fimi und sonstige sind die sind alle random reingejoint ich hab einfach Raum aufgemacht und ja so sind die alle zusammengeflogen ne also nicht dass ihr jetzt denkt dass ich das jetzt irgendwie angestellt habe dass ich jetzt hier ein Pro bekommen und seh mich und übelst du es braucht nee kein Plan ehrlich das war random weil nichts für ich schwör ach zwischendurch aber dann spiel ich so schlecht und mit 30 fp ist echt schwer auch an oh oh nach schl so wollen 3 4 4 war nicht schlecht aber er scheiße gemacht zum Schluss wo wie sind die geflogen lauf pein 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 komischer ab zufrieden es ist die 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 der Name er er war zu machen weil da war aber er war für drei Jahre egal er bringt mich gerade zur Verfügung ich dachte der dash wieder ran Der war nicht vorhin eh der Idiot, der die ganze Zeit reingedasht ist wie dumm. Ich dachte, der dash noch mal ran, dachte ich, wie das da kann, aber ja... Hat er draus gelernt anscheinend. Weil vorhin war er echt doof, der haut mit Dagger dran, der haut mit PS-Dash dran und ich stehe einfach nur geblockt da. LOL, also die 30 FPS nicht. Da muss ich gucken. Das besser macht, wenn ich das mal... Was machen die denn? AAAAAH! O Gott... Shit! aber jetzt soll man okay ich dachte werden td aber der erst dann der war gut der war gut lol das massenfächtig der massenfächtig der massenfächtig schalte ich unterbrochen wurde nochmal, sonst hätte ich ihn noch und sch Brothers snap sind alle daug estão da schon muss drin f KB ein уже Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Nein! Fuck! 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 You! Was? Der überlebt das? Spasti! Alter, der Dauerstun! Man kann es ja auch übertreiben, okay? Alter! Das war jetzt richtig abnormal heftig, die Stunz! Und ich bin übel schlecht geworden in US, merke ich gerade, und ich kitte auch nie! Sonst wäre der ja eigentlich tot, wenn der Crit gewesen wäre, aber irgendwie... Crit ich nicht! Ja, schon wieder! Oh Gott! Oh lol, den krieg ich niemals! Wie soll ich den kriegen? Der hat genauso viel SP wie ich! Wie geht denn... Ich hab den BOOF! Ja, ich hab die BOOF! Ich hab den BOOF!! Ja, das tut mir nicht... Ich hab die BOOF! Ich hab die HOM! Aaaaaaah! Uuuh! Fuckin' du, warum sch- Warum kredde ich dich? Jesus, du f- Katastuch! Aaaaaah! Yes, man! Er hat geploppt! Das AK! Was ist der Film? Was ist der Film? Mamma mia! Gimmie mal aus dem Weg! Okay, ich will noch... Okay... Hup! Nein, nein, nein! Waaaaaah! Wieso kann der so gut kritten und ich nicht? Das ist auch der Prozent-Kritte! Wenn ich aber alles drauf! Ah, ich krieg's einfach nicht mehr hin, US-Wachen zu kritten! Ich glaub, ich hab erst ein Kritt hingelegt, die ganze Aufnahme war schon! Ah! Schafft die? Schafft er! Wuhu! GG! Okay, nice job! Ah, gut 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 gut! Na ja! Ehhh... Wenn Warum tammt die da so blöd? Das ist so warm, Dark jetzt. Oh, lol. Oh, lol. Lol, 48 AP. War es jetzt ein Dagger oder der CS? Tidiii! Ah ja, was ich noch sagen wollte, wenn ihr fragt, warum SV da bekommt, es liegt daran, dass sich Leute das wieder mal gewinnt haben und ich ja ewig lang keine mehr gebracht hab und ja. Ja, Bissi! Yay! Freude! Explosionen! Feuerwehr! Ja! Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns in den nächsten Mal. Ich bin EuricoDP, bleibt so flausche, wie ihr seid. Lasst ein Abo und ein Like und ein Kommentar da, wie ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.